Hallo und Willkommen bei Bleib entspannt, Deinem Meditationspodcast. In dieser Episode bringe ich Dir das wundervolle Geräusch von Regen kombiniert mit binauralen Beats mit. Regengeräusche wirken unheimlich entspannend auf uns, das weißt Du sicher schon. Die binauralen Beats unterstützen diesen Entspannungseffekt und helfen Dir sehr effektiv dabei einzuschlafen. Und zwar deshalb, weil sie Deine Gehirnwellen dazu animieren, in dem Frequenzbereich zu schwingen, der aktiv ist, wenn Du schläfst. Dadurch entspannt sich auch Dein Körper und es fällt Dir leichter, in den Schlaf zu gleiten. Höre diese Episode am besten mit einem Kopfhörer. Mehr über binaurale Beats erfährst Du übrigens im entsprechenden Beitrag auf bleib-entspannt.com. Den Link findest Du auch in den Shownotes dieser Episode. Wenn Dir die Regengeräusche mit binauralen Beats zum Entspannen und Einschlafen guttun, freue ich mich über eine positive Bewertung und ein Abo von Dir. Damit unterstützt Du mich dabei, diesen Podcast am Leben zu erhalten. Viel Freude mit dieser Episode und bleib entspannt, Deine Kathi. Bis zum Entspannen und Einschlafen guttun, Bis zum Entspannen und Einschlafen guttun, Gembe an 번째FI Abschlafen guttun, Bis zum Entspannen und Einschlafen guttun, bis zum Entspannen, bis zum Entspannen und Einschlafen guttun, bis zum Entspannen und Einschlafen guttun Drucketreip, Okay. Zitzen, die Zitzen sind. Vielen Dank. Okay. Zitzen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. und dann noch ein bisschen das ist das das ist das das ist das Vielen Dank. 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 Vielen Dank.